Musik Hallo Ja, heute startet mein Follow My Day Ich habe heute frei, weil ich ja meinen Job wechsle Und ich dachte mir, wenn ich jetzt mal frei habe und ein bisschen Zeit habe, könnte ich auch mal so ein Follow My Day machen Ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden Der Plan für heute sieht so aus, dass ich erstmal gleich mit dem Hund gehe Och, mein Arm schwebt jetzt schon ein Dass ich erstmal gleich mit dem Hund gehe Dann werde ich auf jeden Fall aufräumen, weil es ziemlich unordentlich ist Dann werde ich ein bisschen was für den Blog tun Dann muss ich noch in die Stadt und zum Pferd Und heute Abend gehe ich mit Freunden was essen Oh, bin ich da? Ja, genau, das ist erstmal so der Plan Ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn es irgendwas Spannendes gibt Und jetzt gehen wir erstmal mit dem Hund raus Musik 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 So, ich war jetzt gerade mit Foxy draußen Da ist sie Da Ja, und jetzt frühstücke ich was Und dann geht es weiter Mal schauen, was es so gibt zum Frühstück Gucken wir mal Ich würde auf jeden Fall fasziniert von den ganzen Leuten, die regelmäßig vloggen Die haben, glaube ich, einen dritten Arm oder so Es gibt Toast Musik 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 Okay, auch gegen zu ist schwieriger Ja, jetzt wird erstmal Luft geschickt Musik Wenn ich mir das so angucke, weiß ich, warum ich kein Foodblogger bin Das wäre relativ langweilig, ich hätte nämlich hier Ein Nutella Toast Und ein Toast mit Kinderwurst Und ein Glas Milch Da habe ich ein paar Blümchen, das wäre vielleicht eher dekorativ Aber ansonsten frühstücke ich halt relativ langweilig So, das Licht ist wieder schlechter, das heißt wir sind im Keller Also beim Zimmer Ich wohne ja im Keller Die Roomtour verlinke ich euch unten mal Ähm Ja, ich werde jetzt aufräumen, es ist ziemlich chaotisch hier Und nach dem Aufräumen werde ich ein bisschen bloggen Und dann... Vielleicht meine Haare machen Nein, ich werde mich auf jeden Fall nach dem Bloggen dann fertig machen Und dann geht's in den Stall Nee, Quatsch Er ist in die Stadt Ich muss ja in die Stadt Und dann in den Stall Sonst vergesse ich das wieder Ich habe jetzt aufgeräumt Ich drehe mich mal Ja, ich habe jetzt aufgeräumt Jetzt setze ich mich an den Laptop Und ähm Ja, blogge ein bisschen Und dann fahre ich in die Stadt Wir haben es jetzt... Boah, wir haben es jetzt kurz nach 10 Ich bin stolz auf mich, dass ich schon aufgeräumt habe Ähm... Ja... Das ist mein Arbeitsplatz jetzt Und jetzt geht's los So, ich habe jetzt ähm... Ein bisschen das am Laptop gemacht Aber der läuft nicht so ganz rund Deswegen bringe ich den auch gleich noch zum Laptop Doktor Ja... Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken Ich gucke immer in den Bildschirm, wenn ich blogge und nicht in die Kamera Äh... Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken So um die Augen rum Umziehen Weil ich sehe noch... So aus Ähm... Und dann werden wir uns endlich auf den Weg machen Wir haben es mittlerweile Ich habe keine Uhr Halb elf Elf, halb zwölf Auf jeden Fall geht's dann gleich los Ich nehme euch auf jeden Fall mit Ich hoffe, dass das mit dem Laptop schnell gemacht ist Weil eigentlich brauche ich den auf jeden Fall heute noch Ja... Mal schauen! Bis zum nächsten Mal! Ich bin jetzt am Stall angekommen Und ich habe auch schon mal die ganzen Taschen weggebracht Weil ich habe zwei Taschen dabei heute Und... Da hinten war die liebe Katja Jetzt gehen wir mal zum Pferd Ich warte nachher auf... Liebe Chrissi Dann machen wir irgendwas mit dem Robinio Der ist nicht ganz klar im Moment Deswegen müssen wir mal schauen, was wir machen Vielleicht gehen wir einmal ausreiten Eine Schrittrunde Dann kann Foxy auch mitlaufen Ja... Ich gehe übrigens gerade von außen zum Pony Mal schauen, ob er kommt Komm mal her! Hey du! Der ignoriert mich Würde ich aber glaube ich auch, wenn ich gerade Gras bekommen habe Ah, jetzt kommt er Hallo! Hallo! Hallo gesagt und zurück zum Gras Jetzt sitze ich schon wieder hier auf der Bank Wie ihr sehen konntet Durfte der Robinio vorhin ein bisschen grasen Wir haben geguckt, ob er lahmt Ähm... Da habe ich mir jetzt aber nichts gefilmt Weil ich ja gucken wollte Und... Er lahmt ein bisschen Aber... Wir werden morgen mal ausreiten gehen Im Schritt... Wo ist der Hund jetzt? Ja... Wir werden morgen mal ausreiten gehen Jo... Ja... Und... Jetzt sitze ich hier mit Foxy Warte darauf, dass die Zeit umgeht Weil ich ja gleich dann essen gehe Mit ein paar vom Stall Ja... Und... Deswegen warten wir jetzt gerade hier ein bisschen Ja... 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 Ja...